Ein Mord, bei dem behauptet wird, er diene einem politischen Zweck, bleibt nichts, desto weniger Mord. Den bewaffneten Widerstand organisieren, die Klassenkämpfe entfalten, die Rote Armee aufbauen. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Die Festung Stammheim, 30 Jahre danach. Die Party ist auf Köln. Die Party ist auf Köln. Die Sonne geht unter um 14.50 Uhr, die Sonne geht unter um 14.50 Uhr. Mogadischu, Somalia, 18. Oktober 1977. Das war von der Spermung, den anderen drei auszulassen. Das wird dann die drei Terroristen tot und aller schwersten. Nummer 38, hier ist der Deutschlandfunk mit einer wichtigen Nachricht. Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 1680 Geiseln sind alle glücklich befreit worden. In Mogadischu war ein Albtraum von vier Tagen und vier Nächten zu Ende gegangen. 86 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder der entführten Lufthansa-Maschine Landshut waren frei. Um 0.38 Uhr ging die Nachricht um die Welt und erreichte auch die Gefangenen im Hochsicherheitstrakt Stuttgart-Stammheim. Der Versuch, sie aus der Haft freizupressen, war gescheitert. Zwei Jahre hatte der Untergrundkampf der RAF-Gründer gedauert. Fünf Jahre hatten sie im Gefängnis zugebracht, zwei davon in Stammheim. Jan Karl Raspe hatte sich mit einer Pistole in die linke Schläfe geschossen. Andreas Bader lag auf dem Boden der Zelle 719, ausgestreckt, den Kopf in einer Blutlache, links von ihm eine Pistole, Genick schossen. Es war kurz nach 8 Uhr morgens, als die Beamten auch die Zelle 720 öffneten. Hinter einer Decke am Fenster hing Gudrun Ensslin, tot. In Zelle 725 lag, blutüberströmt, Irmgard Möller, sie überlebte ihre Stichverletzungen. Wir seien uns unauflöslich verstrickt in diese grauenhaften Ereignisse. Das ist eine Situation, in der keine Entscheidung ausschließlich richtig ist. Es ist wie in der griechischen Tragödie. Sie sind verstrickt und können sich aus der Schuld nicht befragen. Drei Namen stehen für den Krieg der Bürgerkinder gegen den Staat. Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin. Bombenanschlag auf die US-Armee in Frankfurt. 13 Verletzte, ein Toter. Bombenanschlag auf das Auto eines Bundesrichters, dessen Frau wird schwer verletzt. Mehrere Bomben explodieren im Springer Verlagshaus Hamburg. 38 zum Teil Schwerverletzte. Sprengstoffanschlag gegen die US-Armee in Heidelberg. Drei Tote. Geiselnahme in der deutschen Botschaft in Stockholm. Zwei ermordete Diplomaten. Mordanschlag auf den Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei seiner Begleiter. Ermordung des Vorstandsprechers der Dresdner Bank, Jürgen Ponto. Entführung und Ermordung Hans-Martin Schleyers, vier seiner Begleiter erschossen. Einer der Täter, verurteilt so lebenslänglich, ist Peter-Jürgen Bug. Ich habe vor kurzem zum ersten Mal an dem Grab von den beiden gestanden. Und ich war so wütend. Für das, was sie da angeworfen haben, sind eine ganze Menge Menschen draufgegangen. Und ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, ob das nicht sehr viel selbstdüchtiger war und so viel mehr ausgerichtet auf ihre Person als auf irgendein großes, hehres Ziel. Sie hatten die Welt verändern wollen wie viele in ihrer Generation, die auf die Straße gingen mit Plakaten und Sprechchören, die Studenten in Berlin, Berkeley, in London und Paris. Ihr Protest richtete sich gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam, der Bilder lieferte von bis dahin unvorstellbarem Grauen im Namen der freien Welt. Damals immer dabei der Anwalt Horst Mahler, früher links, heute rechts. Wir waren ja alle sehr moralisch, das hat uns also nicht kalt gelassen. Hier erinnere ich mich noch an eine Szene mit Ulrike Meinhof, wie sie dann bei so einer Fernsehberichterstattung über Vietnam mit diesen grausigen Bildern heulend aufsprang und sagte, dass sie das sich nicht antun lässt. Das ist eine Herabwürdigung. Und sie hat gesagt, wir müssen was tun, wir dürfen nicht im Sessel sitzen bleiben. Aus Empörung wurde Protest, aus Protest Widerstand, aus Widerstand Gewalt. In dem Augenblick, wo es ihnen die Solidarität mit dem vietnamesischen Volk ernst wird, wo es ihnen darum geht, die amerikanische Position überall in der Welt, wo es nur möglich ist, so zu schwächen, dass das vietnamesische Volk davon einen Vorteil hat, dann weiß ich, dann sehe ich wirklich nicht mehr den Unterschied zwischen dem Polizeiterror, den wir in Berlin schon erlebt haben und das angedroht wird und zwischen dem SA-Terror der 30er Jahre. In der Wahrnehmung der rebellierenden Studenten und ihrer Fürsprecher wandelte sich der Staat zum Polizeistaat. Und genüsslich kitzelten etwa die Provokateure von der Kommune 1 den Feind im Polizisten hervor. Es war ein Spiel mit der Gewalt, eine politische Happening-Kultur, die viele anzog. Zum Beispiel Andreas Bader. Baby Bader, wegen diesem Babyface. So ein junger Spund, der so neugierig guckte und da irgendwie das interessant fand. Aber er hatte etwas, was eben für uns wichtig war und sowas suchten wir halt auch immer. Er hatte wenig Angst und hat eben bei diesen Aktionen immer gerne mitgemacht. Und er hatte auch einen typischen Spaß daran, irgendwelchen Leuten was auszuwischen. Bader war dabei, fiel aber nicht weiter auf bei den politischen Albereien der Kommunarden. Er war durchaus eine Figur, mit der man sich gerne unterhielt, die man manchmal auch ziemlich bescheuert fand. Er war einer der vielen Spinner, die es in dieser Szene gab. Andreas Bader, geboren am 6. Mai 1943 in München. Auf jeden Fall war er ein Junge, der sich nie so leicht angepasst hat, der immer gefragt hat, der immer nachdenklich war. Ich wusste immer, wenn er etwas tut, dann wird das mit allen Konsequenzen tun. Ich habe immer auch ein bisschen Angst gehabt. Ein von Mutter, Großmutter und Tante verwöhntes Kind, das seine Aggressionen in der Schule auslebte. So wie später in der linken Szene Berlins. Er sagte immer, bringst du das, du musst es bringen. Für ihn war es keine Frage, der brachte es. So gesehen hat er also, wenn man nicht das politisch kombiniert mit dem Politiker, Andreas Bader hatte er eine kriminelle Hada, ganz eindeutig. Auch Studentenführer Kohn-Bendit lernte ihn damals kennen. Wenn ich von jemandem, ich sage das selten, jemandem sagen, er ist vom ersten Moment an, wo man ihm begegnet, unsympathisch, dann ist es Andreas Bader. Es war ein arrogantes Arschloch. Dieser Tag sollte in die Geschichte Nachkriegsdeutschlands eingehen. 2. Juni 1967. Staatsbesuch des Märchenkaisers aus dem Morgenland. Es wurde ein Albtraum von Gewalt. Die durch ihren Vietnam-Protest geübten Studenten wollten dem Schar von Persien einen unfreundlichen Empfang bereiten. Zunächst mal fanden wir das erstmal sehr wichtig, diese Schar-Geschichte. Deswegen haben wir schon vorher ein Flugblatt gemacht, ein Steckbrief. Schar, nicht, mit Bild und so weiter, Reza Pallivi gesucht wird, wegen Massenmord und so weiter. Also so ein richtiger Steckbrief nach dem Motto, der Mann muss festgenommen werden, seid ihr wahnsinnig geworden. Die Polizei schickte ihre Reiterstaffeln und der Gast seine Geheimagenten, bewaffnet mit langen Latten. Ulrike Meinhof in einem Fernsehbeitrag. Aber als die Studenten auf die Straße gingen, um die Wahrheit über Persien bekannt zu machen, auf die Straße, weil eine andere Öffentlichkeit als die der Straße ihnen nicht zur Verfügung stand, da kam auch die Wahrheit heraus über den Staat, in dem wir selbst leben. Da kam heraus, dass man einen Polizeistaatschef nicht empfangen kann, ohne selbst mit dem Polizeistaat zu sympathisieren. Lattenschwingende Jubelperser, die von der Polizei ungestört auf studentische Demonstranten einprügeln durften. Bilder, die eine ganze Generation prägen sollten. Und manche nahmen die ungehemmte Aggression von Polizeieinheiten als Kriegserklärung des Staates gegen die Studenten an. Bewegung 2. Juni nannte sich später eine Berliner Terrorgruppe. Mit dabei Michael Bommi Baumann, Terrorist der ersten Stunde und einer der ersten Aussteiger. Das war ja schon wie ein Massaker. Also da war ja wirklich, gegen Leute, die sich bis dato also wirklich friedlich verhalten hatten. Es war der bis dahin brutalste Polizeieinsatz der Nachkriegszeit. Am Abend fiel ein Schuss aus einer Polizeipistole und Benno Ohnesorg, ein junger Student, lag in seinem Blut. Ich hab dann sofort noch in der Nacht die Vertretung der Witwe von Benno Ohnesorg übernommen, war dann am Morgen bei der Obduktion dabei. Und ich hab halt die Kugel in die Schale klicken hören, die da unter seiner Kopfschwarze stecken geblieben war. Also es war klar, es war ein Schuss. Es war der erste Schuss in einem blutigen Konflikt. Für manche Linke der Beginn eines Krieges. Schon am Abend des 2. Juni wurde das deutlich. Gudrun, die dann plötzlich anfing, hat gesagt, die werden immer Faschisten bleiben, diesmal werden sie uns umbringen. Darüber müssen wir uns klar sein. Die haben sich nie geändert, sie sind dieselben Faschisten, dieselbe mörderische Brut geblieben, die sie immer waren. Mit dabei war auch Studentenführer Tilman Fichter. Und sie sagte, wir müssen uns sofort bewaffnen, weil sonst machen die uns alle. Diesmal trifft es uns, darum müssen wir uns bewaffnen. Mit dieser Auschwitz-Generation kann man nicht mehr reden. Es war ein langer Weg, der Tochter eines evangelischen Pfarrers aus der Ortschaft Bartholomé am Rande der Schwäbischen Alb. Gudrun Ensslin, das Vierte von sieben Kindern. Im Elternhaus lernte sie, dass Christentum nicht an der Kirchentür aufhört, sondern politisches und soziales Handeln einschließt. Gudrun Ensslin ist dabei, als eine Gruppe von Studenten nach dem 2. Juni in einer Straßenaktion den Regierenden Bürgermeister Alberts zum Abtreten auffordert. Auch Peter Hohmann gehört dazu. Sie war für mich zuallererst eine Pastorentochter. Sie machte zum Beispiel so Geschichten, man musste einen Finger in die Bibel stecken und dann fing sie an, aus dem Kapitel, was man aufgeschlagen hat, eine Exegese zu machen. Und also spielte sich alles noch in diesem, es war zwar die Studentenbewegung eine andere Zeit, aber sie hatte diese Dinge immer noch drauf. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Bernward Vesper, mit Kind und Kinderwagen nahm sie an pazifistischen Demonstrationen teil. Doch dann traf sie auf Andreas Bader. Abrupt verließ sie Mann und Kind und war mit Bader plötzlich unzertrennlich. Das fiel auch in den damaligen Beziehungsgeschichten, die in Berlin eigentlich normal waren, fiel das aus dem Rahmen. Denn mit einmal sie isolierten sich völlig und sie waren wirklich ein Paar. Es war eine Zeit, in der sich Biografien schlagartig änderten. In einer Jugendstilvilla im Hamburger Nobelvorort Blankenese lebte der Herausgeber der linken Monatszeitschrift konkret mit seiner Ehefrau, der Kolumnistin Ulrike Meinhof. Geboren am 7. Oktober 1934. Als sie sechs ist, stirbt ihr Vater, als sie 15 ist, ihre Mutter. Bei deren Freundin wächst sie auf. Ein ernstes Mädchen, christlich geprägt, findet sie Anschluss an die frühe Anti-Atom-Bewegung. Sie war streng und vielleicht ist das politisch nicht ganz uninteressant, dieses Äußerliche. Sie hatte eine nahezu getreue Kopie der, sagte ich immer, Geschwister Scholl, also der Sophie-Scholl-Frisur. Und einen ungeheuer ernsten Ton in der Stimme. Sie dachte vielleicht damals schon, dass sie sowas ähnliches ist wie Sophie-Scholl. Konkret wird damals heimlich von der DDR finanziert. Ulrike Meinhof, zunächst Chefredakteurin, dann Kolumnistin, arbeitet für Hörfunk und Fernsehen, wird zunehmend bekannt. 1961 hatten Röhl und Ulrike Meinhof geheiratet. Ein linkes Erfolgspaar mit Eigenheim und Urlaubsreisen nach Sylt. Doch dann erkrankt Ulrike Meinhof. Sie bekamen Kopfschmerzen, die nicht weggingen. Und der Neurologe hat sofort festgestellt, sie müssen sofort geröntgt werden. Es ist etwas im Gehirn. Die Operation verlief erfolgreich. Es war kein Tumor, sondern ein Blutschwamm im Gehirn, der mit einer Silberklammer am weiteren Wachstum gehindert wurde. Die Mutter von Zwillingen erholte sich und konnte wieder schreiben. Also ich hatte immer das Gefühl, ich schreibe die Kolumne für die Landlehrer. Ich schreibe für die Landlehrer. Also für die Leute, die auch irgendwo verstrollt in den Dörfern und Kleinstädten sitzen. Die keinen organisatorischen Zusammenhang mit der sozialistischen Linken haben. Und die also so über so ein einzelnes Heft, wie konkret am Kiosk, dann durch das, was ich da schrieb, in einen Diskussionszusammenhang mit der Linken kommen konnten. Ulrike Meinhof wurde prominent. Es war plötzlich schick, links zu sein. Das ist eindeutig. Man war zwar da nicht selbst links, aber es war schick, sich dafür zu interessieren. Und einer der Brennpunkte, an dem man das Interesse festmachte, war zweifellos Ulrike Meinhof. Der Aufbruch der rebellierenden Studenten zog auch die linksbürgerliche Ulrike Meinhof in ihren Bann. Sie trennte sich von Röhl und tauchte ein in die Berliner Szene, in der, unter vielen anderen, Rudi Dutschke die Gewalt propagierte. Nun sind wir hier in den Metropolen dazu verpflichtet, wir, die wir ein bisschen Bewusstsein entwickeln dürfen, müssen gegen dieses System, was notwendigerweise zur Katastrophe drängt, müssen gegen das System mit aller Gewalt vorgehen. Wir dürfen aber von vornherein nicht auf eigene Gewalt verzichten, denn das würde nur ein Freibrief für die organisierte Gewalt des Systems bedeuten. Hinter Dutschke an der Wand, der Spruch aus einem Kommune-Flugblatt. Es brennt, es brennt, ein Kaufhaus brennt. Das galt noch als makaberer Scherz. Doch Andreas Bader und Gudrun Ensslin wollten ein Fanal setzen. Am Abend des 2. April 1968 legten sie gemeinsam mit zwei Kumpanen Brandsätze in zwei Frankfurter Kaufhäuser. Die Bomben explodierten und mehrere Etagen brannten aus. Ein anonymer Anrufer brachte die Polizei schon am nächsten Vormittag auf die Spur der Brandstifter. Bei einer Gegenüberstellung wurden Andreas Bader und Gudrun Ensslin von Zeugen als die Täter identifiziert und in Haft genommen. Auch auf der anderen Seite eskalierte die Gewalt. Vor allem Studentenführer Rudi Dutschke wurde zur Symbolfigur der gewaltbereiten Rebellion und damit zum Hassobjekt. Am 11. April 1968 machte ein junger rechtsradikaler Ernst. Rudi Dutschke wurde auf dem Kurfürstendamm niedergeschossen. Der Täter, Josef Bachmann, hatte die National- und Soldatenzeitung bei sich mit der Schlagzeile Stoppt Dutschke jetzt. Die Schüsse auf Rudi Dutschke lösten die bis dahin schlimmsten Straßenschlachten in der Geschichte der Bundesrepublik aus. Ziel der aufgebrachten Demonstranten das Springer Verlagshaus in Berlin. Wir gehen jetzt zu Springer. Springer ist verantwortlich, dass auf Rudi geschossen worden ist und jetzt gehen wir dahin. Hier sind Leute, die die Erfahrung gemacht haben mit Gewalt, erreichst du was. Die Polizei kommt nicht mehr durch, auch mit Wasserwerfern nicht. In den Scheinhaaren, diese alten Wasserwerfer sind untergangen. Die sind nicht mehr weiter, die sind zurückgewichen. Die Gewaltspirale drehte sich immer schneller. Aus der anti-autoritären Revolte wurde Straßenkampf. Im Herbst des turbulenten Jahres 1968 begann der Prozess gegen die Frankfurter Kaufhausbrandstifter. Gut gelaunt präsentierten sie sich der Öffentlichkeit. Worüber ich, was ich mich niemals abfinden werde, ist, dass ich die Tendenz, in der sich die spätkapitalistische Gesellschaft so ungeheuer deutlich fortbewegt, nämlich hin zum Faschismus. Und ich werde mich, deshalb sage ich das, niemals damit abfinden, dass man nichts tut. Ich habe dem Richter gesagt, ich weiß, warum sie sagen, man kann nichts tun, weil sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben dagegen. Während des Prozesses hatte Ulrike Meinhof die angeklagte Gudrun Ensslin in der Haftanstalt besucht. Tief beeindruckt von ihrer Entschlossenheit lobte die Journalistin das progressive Element des Gesetzesbruches. Auf die Frage, würdet ihr auch die Brandstiftung gemacht haben, wenn das Hausmeister-Ehepaar in dem Haus anwesend gewesen wäre, kam die ganz klipp und klare Antwort, ja. Das war Ensslin, die die Antwort gegeben hat. Horst Mahler hatte Ensslin verteidigt. Als wir so ein längeres Gespräch hatten, verabschiedete sich so mit einem Lächeln von der Seite. Er sagte, naja, sie, wir waren auch so bei sie, glaube ich, werden auch nochmal die Kalaschnikow in der Hand nehmen. Zur Zielgruppe revolutionärer Ambitionen wurden damals Fürsorgezöglinge. Ihre Befreiung wurde auch für Ulrike Meinhof zum großen Thema. Die Heimkinder sollten eine Funktion übernehmen als Rekruten in der Untergrundarmee der Bürgerkinder. Ulrike Meinhof über das strenge Regime im Mädchenheim Guxhagen. Es ist verboten zu pfeifen. Tanzverbot. Bei Radiomusik muss gehandarbeitet oder gebastelt werden. Laut reden ist verboten. Freundschaften sind verboten. Nachts im Bett heulen ist verboten. Außerdem Haare toupieren, nicht aufessen, Beatmusik, Illustrierten lesen. So kann sich in dieser Isolation nicht nur der terroristische Charakter von autoritärer Erziehung entfalten, auch sein herausfordernder, sein anspornender. Isolationshaft als revolutionärer Ansporn. Eine Vision, die später zum Albtraum werden sollte. Das Heim Guxhagen längst geschlossen, steht noch heute unverändert. Ein Denkmal autoritärer Heimerziehung. Das Thema Befreiung stand damals ganz oben auf der revolutionären Agenda. Eine Gefängnisstrafe galt als Bestätigung für die politische Entschlossenheit. Das ahnte auch Vater Enzling. Sicherlich wird sie nicht aus dieser konsequenten Linie ausscheren. Und das wird auch das Gefängnis nicht fertig bringen, sich da irgendwie beirren zu können. Sie hat diese ganze Tat merkwürdig, gesund und befreit persönlich überstanden. Und wird auch die Gefängnis- oder Zuchthausstrafe, bin ich ganz gewiss, gut überstehen. In Fürsorgeheimen wie dem Beiserhaus in Hessen saß nach ihrer Ansicht das Potenzial für eine revolutionäre Veränderung. Da passte es gut, dass das Gericht den Angeklagten eine Tätigkeit im sozialen Bereich zur Auflage gemacht hatte. Peter-Jürgen Burg war damals dabei. Bader und Enzling hatten ihn nach der Flucht aus einem Fürsorgeheim in der Gruppe aufgenommen. Das Ziel des Kampfes war ganz klar die Veränderung dieser Gesellschaft mit allen Mitteln, sag ich jetzt mal. Also eben auch mit den Mitteln des bewaffneten Kampfes. So wurde staatlich geforderte Sozialarbeit zur Rekrutierungshilfe für junge Revoluzzer. Bader hatte sich Sohn als General der Roten Armee gesehen, ja und da waren seine Soldaten. Das waren, ich meine, 18-Jährige, das ist das Alter, mit denen die Bolschewikis die russische Revolution gemacht haben. Das waren die Fantasien, mit denen gespielt wurden. Enzling hat alles gemanagt und Bader hat einfach den Flair der Revolution einfach versucht zu vermitteln. Und wenn er nicht nur versucht, er hat es geschafft bei diesen Jungmachos. Doch zunächst brauchte die Revolution eine Pause. Der Bundesgerichtshof hatte die Revision verworfen. Bader und Enzling entschlossen, sich unterzutauchen. Sie wollten nicht in den Knast. Also das war natürlich, gab es alle möglichen Gründe. Man geht nicht in den Knast freiwillig und wie und das, also die Lebenszeit ist zu kostbar. Mir kam es so vor, dass der Knast eben auch eine so furchtbare Erfahrung war, dass man der ausweichen wollte. Konkrete Pläne gab es nicht. Studentenführer Daniel Kohn-Bendit verschaffte ihn in Unterschlupf in Paris. Meine Hoffnung war, wenn Sie mal ein bisschen was von der Welt sehen, dass Sie mal mal runterkommen von diesem verrückten Trip. Astrid Proll sollte falsche Papiere besorgen. Man spielte mit dem Gedanken, sich im Nahen Osten umzusehen. Doch dann ging es erst einmal nach Italien. Dort tauchte plötzlich Anwalt Horst Mahler auf. Ein Maler brachte die Botschaft, dass er eine Gruppe aufbaut, die ab und zu irgendwie in der Lage sein sollte, militärisch gewisse politische Aktionen zu unterstützen. Ich wollte eine sozialrevolutionäre Guerilla-Gruppe in den Städten hier etablieren, um soziale Konflikte mit dem Mittel eines gezielten Guerilla-Einsatzes in unserem Sinne zu bewegen. Eine erste Probe der Stadt Guerilla wurde eine militante Aktion im Märkischen Viertel von Berlin. Ulrike Meinhof war dabei. Sie wohnte damals mit ihren Zwillingen in einer großen Wohnung in der Kufstander Straße. Unglücklich und bereit, alles, auch ihre Kinder, aufzugeben. Für sie ist einfach alles politisch. Kindererziehung ist unheimlich politisch. Die Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sind unheimlich politisch. Man kann nicht anti-autoritäre Politik machen und zu Hause seine Kinder verhauen. Man kann aber auf die Dauer auch nicht zu Hause seine Kinder nicht verhauen, ohne Politik zu machen. Das heißt, man kann nicht innerhalb einer Familie die Konkurrenzverhältnisse aufheben, ohne nicht darum kämpfen zu müssen, die Konkurrenzverhältnisse auch außerhalb der Familie aufzuheben, in die jeder reinkommt, der also seine Familie anfängt zu verlassen. Und sie war auf dem Weg, ihre Familie, ihre Kinder zu verlassen. Es fehlte nur der Auslöser. Tief frustriert begleitete sie die Dreharbeiten zu dem Film Bambule in einem Berliner Mädchenheim, für den sie das Buch geschrieben hatte. Sie hat gesagt, dieser Film ist dann ein Erfolg, wenn die Mädchen diesen Film sehen, nachher im Fernsehen und ihr Heim anzünden. Dann ist der Film ein politischer Erfolg. Eines der Mädchen quartierte sich bei Ulrike Meinhof ein und folgte ihr später in die RAF. Die scheinbar radikale Lösung für ihre persönlichen und journalistischen Probleme stand Anfang 1970 plötzlich vor der Tür. Andreas Bader und Gudrun Ensslin. Die polizeilich gesuchten Brandstifter zogen bei Ulrike Meinhof ein. Hier waren plötzlich zwei, die ihre bürgerliche Existenz aufgegeben, alle Brücken abgebrochen und ihrem Leben einen revolutionären Sinn gegeben hatten. Ensslin war ja die große Erklärerin der Welt und sie hatte vor allen Dingen etwas, was Ulrike Meinhof nicht hatte und was ihr fehlte, nämlich die Knasterfahrung. Das ist mir später aufgefallen, dass das die Faszination war, den berühmten Trennungsstrich zu ziehen. Was fehlte, waren Waffen. Für ihre Beschaffung bot sich ein Mann an, der Agent des Berliner Verfassungsschutzes war. Und so führte die erste Waffenbeschaffungsaktion in eine Falle. Bader wurde in seinem Auto von der Polizei gestoppt und kam in Haft. Die Aktion, Bader zu befreien, war schon Ausdruck des einmal gefassten Beschlusses, eine solche Gruppe zu werden und zu sein. Und dazu gehörte dann eben, dass man einen Gefangenen genossen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, auch mit Waffengewalt befreit. In den Vorgesprächen hatte ich dann ja mal gewagt zu sagen, also dass man Ulrike als Mutter mit den zwei Kindern aus dem Spiel lassen sollte. Und das hat einen Sturm von wüsten Beschimpfungen hervorgerufen. Und zwar, ich gebe es in dem Originalton der Pastorentochter wieder, du willst die Fotzen an der Emanzipation hindern. Anwalt Mahler beantragte eine Ausführung Baders ins Institut für Soziale Fragen, wo er sich für ein Buchprojekt mit Ulrike Meinhof treffen sollte. Wir dachten auch, eine Gefangenenbefragung findet jeder gut. Dafür kriegen wir Applaus und dafür kriegen wir auch Zulauf oder Sympathie. Aber ein Mordversuch war natürlich nicht eingeplant. Unerfahren im Umgang mit Waffen engagierte die Frauengruppe einen Mann, der sich angeblich damit auskannte. Das hatte fatale Folgen, weil gerade er, der ja der Experte war, er hat dann irgendwie die Nerven verloren und hat dann irgendwie einen der Bibliotheksangestellten zum Koppel geschossen. Der kurz zuvor für die Befreiungsaktion angeheuerte Mann hatte seine Gaspistole mit der scharfen Waffe verwechselt. Es war der Gründungsschuss der RAF. Der Sprung von Ulrike Meinhof aus dem Fenster in die Illegalität ist dadurch entstanden, dass es zu dem Schusswechsel kam. Ihre eigentliche Absicht war, Bader wird befreit, sie bleibt sitzen und dann präsentiert sie eine entsprechende Erklärung. Das Erste, was ich von Ed Zink nach der Baderbefreiung gehört habe, ist, wir werden so kämpfen müssen, dass wir wahrscheinlich in einem Jahr alle nicht mehr am Leben sind. Also diese ganzen Opfergeschichten waren so drin bei ihr. Wenn man das sieht, tauchen alle Dinge auf, die heute in ganz anderen politischen und religiösen Zusammenhängen auch wieder auftauchen. Märtyrer, Erlösung, Opfer, persönliches Opfer, bis hin, dass man sein Leben in die Waagschale wirft und sich selbst in die Luft sprengt. In einer Tonbanderklärung für den Spiegel lieferte Ulrike Meinhof die Theorie nach. Den bewaffneten Widerstand organisieren, die Klassenkämpfe entfalten, die Rote Armee aufbauen. Die Frage, ob es richtig ist, bewaffnete, das heißt illegale Widerstandsgruppen in der Bundesrepublik und West-Berlin zu organisieren, ist die Frage, ob es möglich ist. Die Antwort darauf kann nur praktisch ermittelt werden. Alles andere sind Spekulationen. Nur Opportunisten konnten die Baderbefreiung als abenteuerlich, putschistisch, anarchistisch abtun, nachdem der Erfolg bewiesen hatte, dass sie unter richtiger Einschätzung der eigenen und der Kräfte der Bullen durchgeführt worden war. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Über den Ost-Berliner Flughafen Schönefeld konnte die Gruppe ausfliegen. Ziel Nahost. Bei der Elfa Tach, einer palästinensischen Guerillatruppe, wollte sie sich in Jordanien einem militärischen Training unterziehen. Peter Hohmann reiste mit, weil auch nach ihm gefahndet wurde. Wir kamen also in diesem Camp an. Das lag auf einem kleinen Hügel mit wenigen Steinhäusern und anderen Unterkünften. Dort wurden wir zugeteilt und die deutsche Gruppe kriegte ein Haus zugewiesen. Es gab Streit mit den Palästinensern darüber, dass die Gruppe Männer und Frauen gemeinsam unterbringen wollte. Dann begann das Training. Erstmal muss man das übliche Ritual durchmachen. Es muss gerobbt werden, es muss gelaufen werden, es muss gesprungen werden. Und all dies war natürlich für einiger der Deutschen absolut nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Bader weigerte sich und sagte, dies mit dem Robben und all diese Dinge und Springen, das haben wir in der Stadt, das kommt bei uns gar nicht vor. Auch Ulrike Meinhof übte mehr schlecht als recht mit. Ulrike wurde von denen wie Müll behandelt. Es war gottserbärmlich, so was zu sehen. Das habe ich nie in meinem Leben erlebt. Und das sind ja alles Dinge, die sich offensichtlich nachher in den Gefängnissen wiederholt haben. Du bist die letzte bürgerliche Sau. Das war hemmungslos. Etwa acht Wochen blieb die Gruppe im Camp. Intern in der Gruppe gab es auch ganz, ganz schwere Auseinandersetzungen, besonders mit Peter Hohmann. Der kannte Bader seit langem und nahm seinen Revolutionstrip nicht ernst. Jedenfalls fing der an, auf mich einzuprügeln. Also habe ich dann in einfacher Gegenwehr, habe ich ausgeholt und hatte voll getroffen und er fiel in den staubigen, jordanischen Sand. Und da hätte die aber Ensslin und die anderen deutschen Frauen erleben sollen. Du hast Andreas geschlafen. Du Schwein, du Beste. Oh, das ist ja unglaublich. Von dort an war eigentlich mein Schicksal besiegelt. Ich war schon der Verräter. Da wurde immer mit Brecht argumentiert. Ich glaube, es ist die Maßnahme. Genau diese Situation. Der hatte noch nichts gemacht, aber galt als Gefahr. Und dann ist er eben liquidiert worden im Namen einer höheren Notwendigkeit, um den revolutionären Akt nicht zu gefährden. Sie hatten da so einen Kreis in 50, 60, 100 Meter Entfernung, haben sie da getagt und haben abends ihre Gerichtsverhandlung gemacht. Und kurzum kam dann nach Abschluss der Sitzung Astrid Proll zu mir und ich sagte, na Astrid, was ist denn los? Und dann nahm sie nur eine Patrone und zeigte mir sie so hin. Hohmann konnte entkommen. Die RAF war eine Gruppe aus dem Mittelstand und wir meinten das alle sehr ernst und wir machten die Sachen eben deutsch, richtig. Also richtig und deutsch. Das heißt, wir machten alles 150 Prozentig. Es musste alles sehr gute Qualität haben. Es musste alles genau ausgecheckt sein. Alles musste, die Fahrzeuge mussten die besten sein, die schnellsten sein, die Wohnungen mussten entsprechend ausstaffiert sein oder an einem entsprechenden Ort sein und so weiter. Schon die erste Aktion nach der Rückkehr nach Berlin zeigte den revolutionären Größenwahn der Gruppe. Innerhalb von zehn Minuten wurden drei Banken überfallen. Gut 200.000 Mark wurden bei diesem Dreierschlag erbeutet. Für einige, unter ihnen Horst Mahler, endete der Untergrundkampf schnell. Der Prozess wurde zur Propagandaveranstaltung. Ich glaube, dass die Bader-Meinhof-Gruppe versucht hat, die revolutionären Ideen bis zu einem gewissen Grad durchzusetzen. Die anderen Gruppen sitzen nur da und quatschen. Es war die Übungsphase der Stadt-Gerea und niemand konnte erahnen, dass die RAF das Land über Jahre in Geiselhaft nehmen würde. Der Untergrundkampf entwickelte seine eigene Dynamik. Zu Weihnachten sammelten wir uns dann in Stuttgart und es kam doch zu einer großen Auseinandersetzung. Ulrike versuchte irgendwie zu diskutieren. Sie kritisierte die Gruppe und dann gab es einen Streit mit Bader und Bader flippte dann aus und sagte, das ist alles Quatsch, wir müssen weiter, wir müssen nach vorne und es gibt keinen Fehler in der Konzeption, es gibt nur Fehler bei Einzelnen. Doch es war nie die Gruppe, die den Kurs bestimmte, es waren Bader und Ensslin. Natürlich hatten Leute Angst, Angst vor Verhaftung oder sie fühlten sich unwohl dem Gruppendruck, aber das wurde nicht thematisiert. Dafür hatte man Angst, das galt schon als Verrat und man wollte Gefahr abwehren, indem man sie selber immer mehr in Gefahr begab. Die Illegalität wurde zum Selbstzweck. Was fehlte, war die Theorie, ein Konzept für die Stadt Guerilla. Ulrike Meinhof lieferte es. Der Stern mit der MP und RAF und das war natürlich eine Schrift, die mich begeistert hat. Es war die Offenbarung, es war das Konzept zum Handeln, die theoretische Begründung und auch die Brackel, also das ist es. Die RAF beanspruchte das Monopol auf den bewaffneten Kampf. Andere Gruppen sollten sich anschließen. So die eher anarchistische Bewegung 2. Juni. Bei einem Treffen las die revolutionäre Pastorentochter Ensslin ihnen die Leviten. Was ist mit euch? Ihr rennt hier nur noch rum und fickt kleine Mädchen und raucht Rauschheft und amüsiert euch. Das darf keinen Spaß machen, das ist ein harter Job. Wir wollen aber Blues bleiben, lange Haare und so weiter. Und wir sind Libatäre und die sind Leninisten mit Knarre. Und da war dann die Kontroverse. Aus der terroristischen Zusammenarbeit, hier selbst gedrehte Bilder aus dem Untergrund, wurde zunächst nichts. Diesen Umstand, dass sie jetzt illegal waren und gesucht wurden, den haben sie zum Prinzip erhoben. Und alle, die hier nicht mitmachen und jetzt wird es richtig irre, wir sind Menschen, die anderen sind Schweine. Schwein oder Mensch wurde die Devise der RAF draußen und im Gefängnis. Und jeder Tote festigte das selbstgemachte Warnsystem. Im Juli 1971 entwickelte das Bundeskriminalamt einen Plan für umfangreiche Straßenkontrollen, Deckname Hecht. Und prompt gingen zwei Fische ins Netz. Die Frau hatte versucht zu fliehen und wurde dabei erschossen. Ihr Name, Petra Schelm. Mir ist da klar geworden, das war nicht die erste und auch nicht die letzte. Das wird weitere Tote geben und vielleicht gehöre ich auch irgendwann dazu. Wenn man revolutionär ist, wenn man die Revolution wirklich machen will, dann wird die andere Seite das wie einen Krieg auffassen und wird den auch so führen. Und da wird es Tote auf unserer Seite geben und da wird es vielleicht auch Folter geben. Da wird es alles Mögliche geben, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Wir konnten das uns wirklich nicht vorstellen. Der nächste Tote war ein Polizist. In der Durchfahrt eines Einkaufszentrums in Hamburg hatte Norbert Schmidt gemeinsam mit seinem Kollegen Heinz Lembke eine verdächtige Person geortet. Wir hatten keine tiefergehenden Gedanken, dass eine Frau in diesem Falle so höchst gefährlich sein konnte. Es war Margret Schiller, die sich mit einem Pärchen traf. Irmgard Möller und Gerhard Müller. Der Polizist konnte Margret Schiller packen. Während ich hinter ihm herlief, sah ich schon, dass er die Frau am Arm hatte. Er hielt sie fest und sie versuchte, sich loszureißen. Da zog die eine Waffe heraus und dann wurde gefeuert, was da so passierte. Ich denke, nicht nur die Frau, sondern die anderen beiden auch. Denn das war Feuer aus allen Richtungen. Norbert Schmidt wurde von vier Kugeln getroffen und brach zusammen. Er hat um Hilfe gerufen, zweimal. Ich habe versucht, ihm zu helfen, habe ihn umgedreht, ihn angesprochen, aber es ging nicht mehr. Ich habe nur gespürt, er hatte kein Pult. nicht mehr. Norbert Schmidt war der zweite Tote. Der mutmaßliche Haupttäter Gerhard Müller wurde nie angeklagt. Er hatte sich als Kronzeuge zur Verfügung gestellt. Die festgenommene Margret Schiller wurde der Presse vorgeführt. So produzierte man Sympathisanten. Großspurig schickte Bader einen Brief an die deutsche Presseagentur. Als Andreas Bader ein erstes Tatbekenntnis losschickte und da sozusagen als ein Siegel den Fingerabdruck darunter setzte, da haben wir gesagt, was will denn der Kerl, dieser Lümmel da, abgebrochener Student oder sonst etwas, erklärte Bundesrepublik den Krieg. Aber als die Straftaten dann zunahmen und immer mehr Menschen ums Leben kamen, auch Polizisten, da wurde die Geschichte dann schon prekär. Im Mai 1972, fast genau zwei Jahre nach der Bader-Befreiung, begann der Krieg der RAF wirklich. Bombenanschlag auf die US-Armee in Frankfurt, ein Toter. Einen Tag später explodierten zwei Stahlrohr-Sprengkörper in der Augsburger Polizeidirektion, sieben verletzte. Drei Tage danach, Sprengstoffanschlag auf das Auto des Bundesrichters Buddenberg in Karlsruhe. Seine Frau wird schwer verletzt. Vier Tage später, in Hamburg verübt die dortige RAF-Gruppe einen Bombenanschlag auf das Springer Verlagshaus. Ermittlungen ergaben später, dass Ulrike Meinhof maßgeblich beteiligt war. 38 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Weitere fünf Tage später, im Abstand von fünf Sekunden explodieren im Europa-Hauptquartier der US-Armee in Heidelberg zwei Sprengstoffbeladene Autos. Irmgard Möller und Gerhard Müller hatten die Bomben auf das Kasernengelände geschmuggelt. Es war ein regelrechtes Massaker. Die Explosionsopfer waren in Stücke gerissen worden. Es war eine ganz schlimme Geschichte. So hatte ich das im Frieden nicht mehr erlebt, also dass Menschen so zerfetzt wurden von einem Bombenanschlag. Die RAF hatte die Bombenserie Frühjahrsoffensive genannt. Doch jetzt machte auch das Bundeskriminalamt mobil. Für die Aktion Wasserschlag wurden alle Helikopter in die Luft beordert, über die Polizei und Grenzschutz verfügten. Straßensperren überall. Und tatsächlich rührte sich etwas. Ein Anwohner wies die Polizei auf eine verdächtige Garage in Frankfurt hin. Wir sind in einer Nacht- und Nebelaktion einfach in diese Garage gegangen und wir haben alle beweglichen Gegenstände, die wir erst mal finden konnten, mitgenommen und haben sie untersucht. Und da hatten wir das allererste Mal einen wirklich forensisch haltbaren Beweis an einem Kennzeichen. Auf diesem Kennzeichen war der Fingerabdruck von Gudrun Ensslin. Jetzt war man dem harten Kern der RAF auf den Fersen. Der BKA-Beamte bot sich an, das Problem ein für alle Mal eigenhändig zu lösen. Doch seine Vorgesetzten lehnten ab. Ich habe vorgeschlagen, dass ich in dieser Garage mit einer Waffe, mit einem Funkgerät, warte, um tatsächlich diese Leute zu stellen. Und wenn sie sich nicht stellen lassen, dann hätte ich auch geschossen. Und sei Sie sicher, da wären alle drei zweiter Sieger geblieben. Für mich war das eine Lösung, wo ich gedacht habe, dann hat man noch einmal mit diesen Menschen Ärger. Und zwar bei ihrer Beerdigung. Doch der Showdown am Hofeckweg verlief ziviler. Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie einzeln heraus. Und dann passiert Ihnen nichts. Wir haben mehr Geduld als ich. Viel mehr. Und wir sind in der besseren Situation. Je länger Sie an, desto stärker werden unsere Kräfte. Sie kommen, Sie sind jetzt schon so stark, dass Sie keine Chance mehr haben. Kommen Sie doch heraus. Was wollen Sie da so genau? Holger Mainz musste sich bis auf die Unterhose ausziehen. Dann wurde er abgeführt. Das Bild wurde zur Ikone für RAF-Sympathisanten, der Märtyrer des Widerstandes. Andreas Bader wurde von einem Scharfschützen im Gesäß getroffen. Das RAF-Umfeld sah im Fernsehen zu. Es ist erst mal sehr lange nicht ein Wort gefallen. Und dann, ich glaube, das kam sogar von mir, jetzt ist die Reihe an uns. Jetzt müssen wir wohl ran. Und für mich sowieso. Also für mich war es sogar noch einfacher, weil ich mir gesagt habe, gut, die haben mich rausgeholt. Jetzt ist die Reihe an mir, ich muss sie rausholen, so direkt. Es war der bis dahin größte Fahndungserfolg. Die Anführer der RAF in Haft. Doch jetzt hatten sie eine neue Rolle gefunden. Ich war der Erste an seinem Krankenbett. Er war nicht jemand, der sozusagen durch sein Verhalten dokumentierte, dass seine politischen Ambitionen am Ende waren. Ganz und gar nicht. Die RAF war ja auch nicht tot danach. Die RAF lebte ja weiter in den Figuren, die im Knast saßen. Sie konnten zwar nicht unmittelbar mehr an der bewaffneten Politik teilnehmen, aber sie waren in keiner Weise zu unterschätzende Projektionsschlächen für die, die draußen waren. Dabei war auch der wirkliche Kopf der Gruppe, Gudrun Ensslin, eine Woche nach Bader festgenommen worden. In einer Hamburger Modeboutique hatte sie Pullover ausprobiert. Dabei war aufgefallen, dass sie in ihrer Jacke eine Pistole trug. Die Verkäuferin rief die Polizei. In einem Kassiber an Ulrike Meinhof, schrieb Gudrun Ensslin. Ging auch irre schnell, sonst wäre jetzt eine Verkäuferin tot, ich und vielleicht zwei Bullen. Das Kassiber wurde bei Ulrike Meinhof gefunden, als sie kurz darauf in Hannover festgenommen wurde. Eine Unbekannte hatte bei dem linken Lehrer Fritz Rodewald anfragen lassen, ob er zwei Leute unterbringen könnte. Der hatte zunächst zugesagt. Wir sind da zu dem Ergebnis gekommen, wenn es keine von der RAF sind, haben sie von der Polizei nichts zu befürchten. Wenn es welche von der RAF sind, haben wir für unser Leben ganz viel zu befürchten. Und daraufhin bin ich zur Polizei gegangen. Die Polizei konnte auf der Straße Gerhard Müller festnehmen. Im Haus stießen die Beamten auf eine Frau. Es war Ulrike Meinhof. Sie hatte keine Ähnlichkeit mit ihren Fotos auf den Fahndungsplakaten mehr. Die Wohnung des Lehrers war voll von Waffen, Sprengstoff und Munition. In einer Tasche fanden die Beamten eine Ausgabe des Stern mit dem Röntgenbild von Ulrike Meinhofs Gehirn. Man brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizeibeamten, die zu dieser Röntgenaufnahme gefahren sind, erzählten, wie Großwildjäger die eine Beute erlegt haben, wie sie die Frau behandelt haben, damit die ruhig auf diesem Röntgentisch liegt. Da haben sie dann mit Freude und strahlenden Augen erzählt, drei von uns haben sich über sie geworfen und zwei haben ihren Kopf gehalten. Also die Frau hat sich schrecklich gewehrt dagegen, aber die Aufnahmen wurden gemacht und dann hat man eben gewusst, es ist Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof wurde in die Haftanstalt Köln-Ossendorf gebracht. Dort bezog sie im sogenannten Totentrakt die Zelle, in der zuvor Astrid Proll gesessen hatte. Das Grauenhafte an dieser Zelle war, dass das eben in einem Flügel war, der nicht belegt war. Das heißt, ich konnte nicht mehr am akustischen Leben teilnehmen. Ich hörte nichts mehr. Also es gab niemand, es war niemand daneben, es war niemand drüben, es war niemand draußen. Einmal am Tag wurde Astrid Proll an Ulrike Meinhofs Zelle vorbeigeführt. Immer wenn ich den Gang lang bin, dann brüllte ich schon von langem, Ulrike, Ulrike, ich komme. Und sie trommelte an die Tür und die Gefängnisleitung und die mich begleitenden Beamten, die wollten das natürlich verhindern und kamen dann auf so wunderbare Ideen, dass sie dann den Staubsauger anstellten und alle Wasserhähne auftreten im Gang und es war völlig absurd. Acht Monate lang saß Ulrike Meinhof komplett isoliert. Jetzt erlebte sie selbst, was sie früher nur beschrieben hatte. So kann sich in dieser Isolation nicht nur der terroristische Charakter von autoritärer Erziehung entfalten, auch sein herausfordernder, sein anspornender. Doch der Ansporn der Isolation erschöpfte sich in Verbalattacken gegen das Anstaltspersonal. Einmal schlug sie einer Wärterin eine Klobürste auf den Kopf. In einem Kassiber schrieb sie, das Gefühl, es explodiert einem der Kopf, das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen, das Gefühl, die Zelle fährt. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. Verzweifelt rebellierte die ehemalige Starjournalistin. Hier zum ersten Mal Fotos von einer Gegenüberstellung. Dann wieder versank sie in Depression. Inzwischen organisierten Angehörige ihren Protest gegen die Haftbedingungen. Wir sind hierher gekommen, weil wir Zeugnis ablegen wollen über die Isolationsfolter. Wenn man darüber nachdenkt, was an denen gemacht wird, ist man nötigenfalls, muss man drüber nachdenken, in welchem Staat man lebt. Die Isolationsfolter soll sie dazu bringen, Aussagen zu machen. Da von den Gefangenen keine Aussagen erpresst werden können, beweist die Isolationsfolter nur mehr Vernichtungsinteresse. Im Januar 73 ordnete Andreas Bader von Schwalmstadt aus den ersten Hungerstreik an. Ich habe gesagt, dass einer, der ein Hungerstreik ist, zwar die Waffe gegen sich selbst richtet und damit versucht, seinen Gegner zu bedrohen, aber er muss gleichwohl überleben. Ich habe sowohl Bader als auch Meinhof gebratene Hähnchen in völlig offenen Tüten, die ich mit meiner Aktentasche bei mir trug, in den Knast gebracht. Bader hat das Hähnchen gegessen. Die RAF-Gefangenen verlangten die Zusammenführung zu großen Gruppen. Zunächst wurden im April 1974 Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin in den eigens hergerichteten Hochsicherheitstrakt nach Stuttgart-Stammheim geflogen. Hier bisher unbekannte Aufnahmen einer Polizeispezialeinheit. Dort im siebten Stock durften die beiden Frauen gemeinsam auf der Dachterrasse ihren Hofgang machen und sich während des Tages für jeweils vier Stunden gemeinsam in einer Zelle einschließen lassen. Von Isolation konnte jetzt in Stammheim nicht mehr die Rede sein. Doch der Kampf gegen die angebliche Isolationsfolter sollte erst richtig losgehen. Mir gegenüber waren die beiden Gefangenen wie zwei beleidigte Frauen. Sie schauten durch einen hindurch und sprachen nicht mit einem. Sie sprachen nur mit mir, wenn sie etwas wollten. Aber nur das Nötigste. Für den Prozess gegen den harten Kern der RAF war in Stammheim neben der modernsten Strafanstalt Europas ein neues Prozessgebäude errichtet worden, die sogenannte Mehrzweckhalle. Stammheim wurde so etwas wie die Hauptstadt der RAF. Ein monumentales Denkmal aus Stahl und Beton, abgesichert wie ein Bunker, und dennoch löchrig wie ein Schweizer Käse. Für die Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern drinnen und draußen sorgten vor allem Anwälte. Einige wurden vom Prozess ausgeschlossen, weil sie mutmaßlich Kassiber der Gefangenen geschmuggelt hatten. Die Schlüsselposition im Infosystem besetzte Klaus Croissant. Rechtsanwalt Croissant, ich hätte gerne den Haupteingang benutzt für die Verteidiger. Ich möchte in den Sitzungssaal. Ich bin Verteidiger von Jan-Karl Raspe und zwar nicht ausgeschlossen. Ich habe das Recht, hier reinzugehen. Der nicht rein ist, ist abgelehnt. Gut. Von wem? Darf ich noch fragen? Sie können nicht sagen, von wem das abgelehnt ist. Spezialist für das Kommunikationssystem der Gefangenen wurde der BKA-Beamte Alfred Klaus. Anleitungen und Anweisungen gingen auch von den Zellen nach draußen. Der Anwaltsgehilfe und spätere Terrorist Hans-Joachim Klein. Über die Handakten gingen die ganzen Kassiber rein. Z.B. der Böse wusste, dass ich im Anwaltsbüro in Stuttgart war. Da hat der Böse mir Kassiber mitgegeben. Verschlossen natürlich. Und die habe ich dem Groß Auge gegeben. Und anschließend sind wir nach Stammheim gefahren. Dann gingen wir nach Stammheim. Und die Antwort kam natürlich am selben Tag wieder zurück. Und die habe ich dann nach Frankfurt gefahren. Das ganze Informationssystem der RAF, also die im Gefängnis waren, das ging über die Anwälte. Alles das, was nötig war, um den Kampf fortzusetzen und sich zu schulen, zu unterrichten. Das wurde zusammengeschrieben und dann an die Infozentrale gegeben und dort haben sich die Leute im Untergrund dann abgeholt. Gudrun Ensslin, hier bei einer Gegenüberstellung, war so etwas wie die Chefin der Gruppeninternen Kommunikation. Sie entschied, wer von den Gefangenen welche Informationen bekam. Auch die Decknamen für die Gruppenmitglieder legte Gudrun Ensslin fest. Sie entnahm sie dem Roman Moby Dick. Der Kampf des Walfangschiffes Pickwood und seines fanatischen Kapitäns Ahab gegen den Weißen Wal wurde so zur Parabel auf den Kampf der RAF gegen den Leviathan den Staat. Bei Bader lieferte sie die Erklärung mit. So bekam Andreas Bader den Namen Ahab, den Kapitän dieses Walfangschiffes Pickwood. Und das hat mich außerordentlich beeindruckt, dass sie dann eine Charakterisierung des Kapitäns Ahab zitiert. Zum Beispiel, vielleicht kriege ich das hin, und sollte im tiefsten Grund seiner Seele etwas Krankhaftes, sein eigensinnig, grillenhaftes Wesen treiben, so tut das seinem dramatischen Charakter nicht den geringsten Eintrag. Und so wie Kapitän Ahab mit seinem Walfangschiff gescheitert ist, ist der selbsternannte Revolutionär Andreas Bader auch gescheitert und mit seiner Gruppe untergegangen am Ende. Als Gruppe isoliert von der Welt wie die Besatzung eines Totenschiffes führten die RAF-Kader im Hochsicherheitstrakt von Stammheim ein geradezu mystisches Eigenleben. Wir konnten nur zuschauen, was die da machten. Die saßen zusammen, die schrieben irgendetwas, das gaben sie ihren Anwälten, das ging raus und wir konnten nichts dagegen tun. In der Haftanstalt Wittlich saß Holger Mainz. Er führte die Hungerstreiks gegen die Isolationsfolter besonders erbarmungslos mit sich selbst durch. In einem Brief an einen Mitgefangenen schrieb Mainz, hier bei einer Gegenüberstellung, entweder Schwein oder Mensch, entweder überleben um jeden Preis oder Kampf bis zum Tod. Durch die Hungerstreiks war seine Gesundheit schwer angeschlagen. In einer Erklärung schrieb er, ich bin ab heute in einen Hungerstreik getreten. Die Justizbehörden ordneten Zwangsernährung an. Eine grausame Tortur, wie jeder der Beteiligten wusste. Die Sonde wird in die Nase eingeführt und selbst wenn sie einen fixieren und fesseln, also absolut ruhig stellen, werden sie ihn nie und ganz können sie nie unterbinden, dass es ruckartige Bewegungen gibt und das kann natürlich zu Verletzungen führen. Ich habe das mal mitbekommen, wie das zuging, wenn jemand gegen seinen Willen mit Nahrung versorgt wird. Das ist wie das Stopfen einer Gans. Im Grunde können sie gegen ernsthaft Widerstand eine Zwangsernährung kaum durchführen oder aber unter Inkaufnahme schwersten Verletzungen. Holger Mainz wog bei 183 Zentimetern Größe noch knapp 40 Kilo. In Wittlich habe ich es mit Orangen versucht, weil die feste Nahrung, wenn sie so wollen, verweigert wurde, weil ich dachte, wenigstens Korbut abwenden und Vitamine reinbringen, aber auch das hat nur wenige Male funktioniert und dann nicht mehr und dann musste ich gehen. Einer aus der Gruppe sollte den Hungerstreik bis zur letzten Konsequenz treiben. Holger Mainz. Dieser Kassieber ist geschrieben worden zwei Tage vor seinem Tod. Da schreibt und endlich ihm Jimmy, war da der Deckname von ihm, J.I. Jimmy, runter, runter mit dem Gewicht. Ticken, dass es Geschichte ist, das das Ziel. Du bestimmst, wann du stirbst. Freiheit oder Tod. Und er hat den Tod vorgezogen. Nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es Not tut, hieß es in Kassibern, angelehnt an Berthold Brechts Lehrstück, die Maßnahme. Wenn er wirklich die Absicht hatte, als das Opfer zu sein im Interesse des Erfolges der RAF, dann können sie das eigentlich fast nicht verhindern. Ein Märtyrer der RAF. Es stirbt ein jeder, hatte er geschrieben, kämpfend gegen die Schweine, den Tod verachtend. Das ist für mich dem Volke dienen. RAF. Beim Ja hat es natürlich vor allen Dingen befördert, dass man Hass oder man Entschlossenheit, beides, größer wurden. Diese Bilder haben, glaube ich, niemanden kalt gelassen. Eigentlich hätte man das für ein KZ-Bild gehalten, eher als für etwas, was jetzt aus dem deutschen Gefängnis kommt. Tod in der Haft galt für die RAF immer als Mord, ganz gleich, ob durch Hungerstreik oder Selbstmord herbeigeführt. Die Toten mobilisierten die nächste Generation der RAF. Karl-Heinz Delwo und noch ein paar andere, die traten damals auf als Komitee gegen Folter und da habe ich mich konsequenterweise dann angeschlossen. Das war letztlich der Anfang von der Nähe zur RAF. Und das Morden ging weiter. Einen Tag nach Holger Mainz Tod klingelte es an der Wohnungstür von Berlins oberstem Richter. Dann fielen drei Schüsse. Kammergerichtspräsident Günther von Drenkmann war tot. Die Täter kamen von der Bewegung 2. Juni. Der Mann wurde eben erschossen. anstatt ihn zu kidnappen. Insoweit war das auch als Druckmittel dann weg. Aber es war eben der höchste Richter Berlins. Und ich weiß noch, im Olympiastadion haben sie dann beim Werterspiel Drenkmann Mainz 1 zu 1 skandiert. Also es war ein Vergeltungsschlag. Die Beerdigung von Holger Mainz wurde zur Solidaritätskundgebung der Linken. Auch Rudi Dutschke ballte die Faust. Holger, der Kampf geht weiter. Inzwischen waren auch Andreas Bader und Jan Karl Raspe nach Stammheim verlegt worden. Von Scharfschützen bewacht landete der Helikopter neben der Haftanstalt. Gemeinsam mit Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof sollten Bader und Raspe den siebten Stock, den Hochsicherheitstrakt beziehen. Damit war die Führungsgruppe der Roten Armee Fraktion wieder beisammen und konnte ihren Kampf gegen die angebliche Isolationsfolter fortsetzen. Zunächst gab es vielleicht ein oder anderthalb Stunden Umschluss am Tag und das hat sich dann langsam gesteigert bis es am Schluss acht Stunden waren und zwar Männer und Frauen das gab es in keiner anderen Vollzugsanstalt damals und wohl jetzt auch nicht Stammheim der Mythos Stammheim Hochsicherheitstrakt und wie das immer verhandelt wurde ich bin heute noch manchmal innerlich ganz erschrocken wie diese terroristischen Gefangenen wie die behandelt worden sind wie rohe Eier Solchen Angeklagten war der Rechtsstaat nicht gewachsen Die Zentrale einer funktionierenden schwerkriminellen Vereinigung die saß gut bewacht in einer Vollzugsanstalt und hat dort ihre Arbeit weiterhin betrieben mit besten Kontakten nach draußen da oben war die Kommandozentrale und hat gearbeitet und hat funktioniert draußen arbeitete man an der Befreiung Gefangener in Berlin war Wahlkampf im Visier der Bewegung 2. Juni der Spitzenkandidat der CDU Peter Lorenz Wir sind davon ausgegangen dass wir mit Lorenz als Spitzenkandidat der damaligen CDU und möglicherweise nächster Bürgermeister das Richtige fand haben Die Forderung war für die Geisel Peter Lorenz sechs inhaftierte Terroristen auszutauschen Die führenden Politiker waren für Nachgeben Für sie war das selbstverständlich dass man auf den Austausch der Inhaftierten gegen die Geisel Lorenz eingehen sollte und ich habe mich dem angeschlossen aber ich habe am nächsten Morgen gewusst das war ein Fehler was wir gemacht haben weil es einlud das Manöver zu wiederholen Den Abflug der freigepressten Genossen konnten die Gefangenen im Hochsicherheitstrakt von Stammheim auf ihren Fernsehern verfolgen Wie hat der Staat wann hat er was reagiert was hat der große Krisenstab was hat der kleine Krisenstab wie haben wir agiert das wurde im siebten Stock also von Andreas Badagun und Enzin und Ulrike Meinhoff aufs heftigste und aufs genaueste analysiert Ergebnis war der Plan der Stammheimer mit einer ganz großen Aktion den Erfolg der Bewegung 2. Juni zu übertreffen Stockholm 24. April 1975 6 Mitglieder der RAF hatten die deutsche Botschaft besetzt und nahmen 11 Menschen als Geiseln Das RAF Kommando Holger Mainz drohte mit der Sprengung wenn die schwedische Polizei nicht sofort abziehen würde Als das nicht geschah wurde der deutsche Militärattaché Andreas Baron von Mirbach kaltblütig erschossen später auch der Wirtschaftsattaché Hillegard Die Bundesregierung hatte die Forderung der Besetzer abgelehnt Kurz vor Mitternacht detonierte der Sprengstoff Die Botschaft stand in Flammen Der Preis des Irrsinns zwei tote Diplomaten und am Ende zwei tote Terroristen Das Bewusstsein dass mein Vater tot ist und dass das unerhört ist und dass das alles ändert und dass etwas unwiederbringlich zu Ende ist das war ganz klar das habe ich wahrscheinlich tiefer aufgenommen als es für mich gut war und ganz besonders tief habe ich das verstanden in dem Moment wo ich mich dann über den Sarg meines Vaters beuge das habe ich ganz genau verstanden das war im Grunde von Stockholm begann am 21. Mai 1975 der Prozess gegen den harten Kern der RAF in Stammheim Reiter der Polizei patrouillierten um das mit Stacheldraht abgesicherte Gebäude der Luftraum über der Mehrzweckhalle war gesperrt Anwälte Zuschauer und Journalisten wurden vor Betreten des Sitzungssales einer Leibesvisitation unterzogen für den Notfall waren Maschinenpistolen bereitgestellt worden alles war vorbereitet für den Prozess gegen den Staatsfeind Nummer eins Es ist ja wohl einsichtig dass der Prozessbeginn propagandistisch genützt wird von diesen und unterstützenden Kreisen und inwieweit hier begleitende Aktionen spektakulärer Art zu erwarten sind kann ich natürlich nicht voraussagen ich könnte mir aber vorstellen dass der Gegner sie plant die Justiz wollte ein normales Strafverfahren führen die Angeklagten und ihre Anwälte wollten einen politischen Prozess ein politischer Prozess würde bedeuten dass in dem Prozess dargestellt werden kann was die politischen Auffassungen die politischen Ziele der Roten Armee Fraktion sind Bader konnte kühl kalkulieren und Bader war wirklich für mich ein hoch intelligenter Desperato der Kraft seiner verkrachten Laufbahn bis dahin in dieser neuen Laufbahn als Revolutionär eine Selbstbestätigung fand immer wieder versuchten Bader und seine Mitangeklagten den Prozess zur politischen Bühne zu machen wenn man unter dem Namen Bader Meinhof Prozess die Führungspersönlichkeiten gesehen hat dann hätte es eigentlich heißen müssen die Bader Ensslin Gruppe denn die Frau Ensslin war eine sehr viel stärkere Persönlichkeit hatte sehr viel mehr Durchsetzungsvermögen als die viel sensiblere Frau Meinhof Bei allen lautstarken Differenzen zwischen Angeklagten und Verteidigung auf der einen Gericht und Bundesanwaltschaft auf der anderen Seite hatte man sich von Anfang an auf eines geeinigt Der Prozess sollte vollständig auf Tonband aufgenommen und abgeschrieben werden Einige der Bänder sind erhalten geblieben und bei den Recherchen zu diesem Film wiederentdeckt worden Das ist unmöglich, Prinzing, in diesem Verfahren hier gegen den nackten Faschismus. Herr Raspe, Sie haben nicht das Wort. Ist denn das Mikrofon eingestellt? Ich bitte die Angeklagten abzuführen. Das Wort ist für den Staub. Du wirst es nicht vergessen, Herr Raspe. Dafür hat man gesagt, dass man deine Entscheidung verfolgt. Unter den Gefangenen war der Ton kaum besser. Die Auseinandersetzungen verschärften sich immer mehr. Meistens ging es gegen Ulrike Meinhof. Sie, die frühere Stimme der RAF, konnte sich kaum wehren. Damals haben die Beamten schon berichtet, dass es da Spannungen gibt. Und dass insbesondere der Bader die Meinhof dauernd mobbt, kann man durchaus sagen. Und dass die Meinhof zunehmend in eine Außenseiterrolle innerhalb der Gruppe da oben gedrängt wird. Und ich habe die manchmal im Rudel sitzen sehen, da hinten. Und haben da oben diskutiert und ihre Papiere gehabt. Und habe mitbekommen, wie der Bader fette Sau oder irgendeinen unfledigen Ausdruck benutzt hat, zu Frau Meinhof. Also ich habe nur das Bild vor mir, wie sie wie ein Schaf wegtrottet. Und sich nicht gestellt hat oder sowas, sondern aufsteht, Kopf senkt und in ihre Zelle verschwindet. Ich war darüber erschüttert, welch ein offensichtlicher Persönlichkeitswandel bei Ulrike Meinhof vorgekommen ist. Wenn man sie auf Bildern sah, wie sie früher ausgesehen hat und hat sie nun in der Haft gesehen, wie sie total vernachlässigt war. Wie sie sich auch nicht mehr um irgendetwas, um ihr Äußeres gekümmert hat. Sie war völlig ungepflegt und war richtig äußerlich ein gebrochener Mensch. Aus Kassibern ging hervor, wie vor allem die Frauen einander hassten. Das Messer im Rücken der RAF bist du, hatte Gudrun Ensslin geschrieben. Ulrike Meinhofs Antwort an Bader, was ich nicht aushalte ist, dass ich mich nicht wehren kann. Aber ich knalle an die Decke über ihre Gemeinheit und Hinterhältigkeit. In manchen Aufzeichnungen erniedrigte sich Ulrike Meinhof geradezu. Über ihr gestörtes Verhältnis zur Gruppe schrieb sie, meine Sozialisation zum Faschist durch Sadismus und Religion. Euch behandeln wie Bullen, das heißt selbst längst ein Bulle sein. Eine scheinheilige Sau aus der herrschenden Klasse, das ist einfach die Selbsterkenntnis. All dies erinnerte an manches, was Ulrike Meinhof in ihren Hörfunksendungen zur sadistischen Heimerziehung gesagt hatte. Sadomasochismus bedeutet, dass das, was den einen quält, dem anderen Spaß macht. Bedeutet aber auch, dass gequält werden Spaß macht. Dass die, die quälen, auch gerne gequält werden, dass in den Gequälten das Bedürfnis entsteht, selbst zu quälen. Es war ein Psychodrama, das sich in Stammheim abspielte, vor allem zu Lasten von Ulrike Meinhof. Es war klar, dass es zwischen den Frauen Schwierigkeiten gab. Speziell zwischen Ensslin und Meinhof gab es Papiere, die einen heute noch frieren lassen. Meinhof wurde von den anderen und speziell von Ensslin als bourgeoisisches Schwein immer wieder bezeichnet. Ich sehe das Bild vor mir, wie sie im Grunde genommen mit einem gewissen Abstand in der Anklagebank zu den anderen saß, keinen Kontakt hatte zu ihnen, nie in irgendwelche Gespräche mit ihnen getreten ist, soweit ich jedenfalls das beobachten konnte, sondern eher einen, ich möchte sagen, fast verschüchterten Eindruck gegenüber den anderen machte. Sie war für mich im Prozess bereits resigniert. Am 41. Prozestag, dem 28. Oktober 75, macht Ulrike Meinhof auch im Gerichtssaal deutlich, wie weit sie sich von der Gruppe entfernt hatte. Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, angenommen, dass er es wollte, dass er sein Verhalten geändert hat. Wie? Wie kann er das in einer Situation, in der bereits jede, absolut jede Lebensäußerung unterbunden ist, ihm bleibt, das heißt, dem Gefangenen in der Isolation bleibt, um zu signalisieren, dass sich sein Verhalten geändert hat, überhaupt nur eine Möglichkeit. Und das ist der Verrat. Eine andere Möglichkeit, sein Verhalten zu ändern, hat der isolierte Gefangene nicht. Das heißt, es gibt in der Isolation exakt zwei Möglichkeiten. Frau Meinhof, es ist kein Zusammenhang mehr zum Ablehnungsantrag zu sehen. Entweder sie bringt einen Gefangenen zum Schweigen, das heißt, man stirbt daran, oder sie bringt einen zum Reden, und das ist das Geständnis und der Verrat, dass es Folter, exakt Folter durch Isolation gibt, definiert an diesem Zweck, Geständnisse zu erpressen, den Gefangenen einzuschüchtern, um ihn zu bestrafen und um ihn zu verwirren. Ich entziehe Ihnen hiermit das Wort. Niemand merkte offenbar, dass Ulrike Meinhofs Überlegung auszusteigen, so viel war wie der Ausstieg selbst. Zweifel waren in der RAF gleichbedeutend mit Verrat. Das war ein halbes Jahr vor Ulrike Meinhofs Selbstmord. Am 4. Mai 1976 erklärte Gudrun Ensslin öffentlich das Ende der Gemeinsamkeit mit Ulrike Meinhof. Sie distanzierte sich vom Anschlag auf das Springerhaus, für den Ulrike Meinhof verantwortlich war. Wenn uns an der Aktion der RAF 72 etwas bedrückt, dann das Missverhältnis zwischen unserem Kopf und unseren Händen und den B 52. Hier nochmal einfach. Wir sind auch verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier und das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt am Main und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg, insofern wir in der RAF seit 70 organisiert waren, in ihr gekämpft haben und am Prozess der Konzeption ihrer Politik und Struktur beteiligt waren. Insofern sind wir sicher, auch verantwortlich für Aktionen von Kommandos, zum Beispiel gegen das Springerhochhaus, deren Konzeption wir nicht zustimmen und die wir in ihrem Ablauf abgelehnt haben. Ulrike Meinhof hatte den Gerichtssaal vorher verlassen. Sie betrat ihn niemals wieder. Ulrike Meinhof hatte kapituliert. Vier Tage später, am 8. Mai, war sie tot, erhängt in ihrer Zelle. Einen Abschiedsbrief hinterließ sie nicht, aber schon Monate zuvor hatte sie an den Rand eines Zellenzirkulars geschrieben, Selbstmord ist der letzte Akt der Rebellion. Vielleicht war es am Ende auch eine Rebellion gegen die Gruppe, die sie selbst mit aufgebaut hatte. Es war auch eine gewisse Erlösung von einer Spannung, dass jetzt ist das passiert, was sowieso eintreten musste. Und da war auch mein erster Gedanke, wie man die Kinder davon ablenkt. Und ich sagte, wollen wir ihnen das langsam beibringen? Da habe ich einfach gesagt, eure Mami ist heute tot, hat sich aufgehängt. Anders ging es nicht. Das war auch die einfachste Lösung. Warum soll man da lange drum herum reden? Die RAF redete von Mord, doch intern ahnten einige, der Freitod war ihr Ausweg. Das war im Grunde genommen eine sehr schwierige Sache, zu verkraften, zu sehen, dass da jemand ausgestiegen war. Es gab so einen Moment des Zweifelns dann auch. Also wenn sie als diejenige, die im Grunde genommen die RAF ja am stärksten verkörpert hat, also wenn sie aussteigt, was bedeutet das? Diesen Menschen mit seinen Hoffnungen und Kämpfen und Depressionen sehe ich jetzt im Frieden der Liebe Gottes. Ohne Unterbrechung wurde der Prozess fortgesetzt. Die drei übrig gebliebenen Angeklagten verstärkten ihren Druck auf die Sympathisantenszene draußen. Es war abzusehen, dass sie nach Prozessende auf verschiedene Haftanstalten verteilt werden würden. Gudrun Ensslin und Andreas Bader wären getrennt, solange lebenslänglich dauert. Es musste etwas geschehen. Da passte es gut, dass die Justizbehörden anboten, die durch Meinhofs Tod gerissene Lücke im Hochsicherheitstrakt wieder aufzufüllen. Durch wen überließ man den Gefangenen. Eine verhängnisvolle Entscheidung, denn die RAF-Führung forderte Brigitte Monhaupt an, um sie zur neuen Chefin aufzubauen. Bis kurz vor Monhaupts Haftentlassung, ein gutes halbes Jahr später, waren die übrigen Mitglieder der Roten Armee Fraktion in einem Ausbildungslager der Palästinenser im Südjemen. Dort bereiteten sie die nächsten Aktionen vor. Mit dabei war Peter-Jürgen Bog. Es ging zentral immer wieder um die Frage der Befreiung. Alle Pläne, die danach umgesetzt wurden, sind auf dem Dach dieses Hauses im Camp entstanden. Unter dem Stichwort Big Raus hole, die Befreiungsaktion mit Schwerpunkt auf Entführung. Und unter dem Stichwort Big Money eben die Vorbereitung zu einer größeren Geldbeschaffungsaktion. Vorübergehend war der untergetauchte RAF-Verteidiger Siegfried Haag Chef der Gruppe, wurde aber Ende November 1976 festgenommen. Jetzt kam alles auf Brigitte Monhaupt an, die im Stammheimer Hochsicherheitstrakt auf ihre Entlassung wartete. Sie sollte draußen die Nachfolgerin Gudrun Ensslins werden. Inzwischen war eine Minox-Kamera in den Hochsicherheitstrakt geschmuggelt worden, mit der diese Fotos gemacht wurden. Nach ihrer Entlassung sollte Brigitte Monhaupt noch ganz andere Dinge für die Stammheimer besorgen. Waffen. Im Januar 1977 kam Monhaupt frei und wandte sich sofort an die RAF-Kader im Untergrund. Erstmal fand ich sie eine faszinierende Frau. Wir haben uns eigentlich sofort liiert miteinander, muss ich dazu sagen. Und sind dann fürs Erste nicht von der Seite des Anderen gewichen. Und das Zweite war, sie war nah an den Drang gewesen und das für eine längere Zeit. Und ich wollte alles wissen. Ich wollte wissen, wie geht das da drin zu, was machen die. Und da haben wir wirklich Tage damit verbracht, dass sie mir erzählt hat, was da alles vorgegangen ist, wer wie drauf ist, auch Sexualität. Wer da wann mit wem gepennt hat und was sich da für Konstellationen gebildet hatten. Brigitte Monhaupt, ausgestattet mit neuen Papieren und dem Segen der Stammheimer, übernahm das Kommando. Dann kam eben von der Brigitte, okay, die wollen die Möglichkeit haben, wenn schon draußen nichts zustande kommt, entweder selber eine Aktion zu machen oder eben die Möglichkeit zu bestimmen, wann ist Feierabend. Und ja, sie hat dann auch das erste Mal diesen Satz gebraucht, also wenn schon nichts anderes, dann sollte diesem faschistoiden Staat wenigstens ihr Tod vor die Füße fallen. Anwaltsgehilfe Volker Speitel sollte dafür sorgen, dass Waffen und Sprengstoff in die Anstalt gelangten. Man muss sich einen Aktenblock vorstellen, Papier, DIN A4 und in der Mitte eben diesen Spannbögel, wie jeder Leitsordner hat. Wenn man den aufmacht, kann man in den Papierblock rein einen bestimmten Hohlraum schneiden, der, wenn man das wieder schließt, so auch beim Durchblättern nicht zu sehen ist. Die so präparierten Aktenordner wurden von Anwälten durch die Eingangskontrollen zum Prozesssaal geschmuggelt. Durch die Stahlbügel der Ordner piepten die Sonden immer. So fiel nicht auf, dass Anwalt Arndt Müller in seiner Akte zerlegte Waffen mit sich trug. Im Prozessgebäude konnten sich die Angeklagten und ihre Verteidiger ohne Aufsicht treffen. Dabei wurden die Aktenordner ausgetauscht. Bei ihrem Rückweg vom Prozessgebäude in den Hochsicherheitstrakt der Anstalt wurden die Gefangenen dann nicht mehr kontrolliert. So konnten sie Pistolen und Sprengstoff unbehelligt mit in ihre Zellen im siebten Stock nehmen. Gefängnispersonal und Bundesanwälte ahnten davon nichts. Dass Waffen und Sprengstoff in diesem Ausmaß, in dieser strukturierten, organisierten Form von Verteidigern in die Anstalt geschmuggelt wird. Dass es sowas in Deutschland gibt, hätte keiner für möglich gehalten. Und selbst wenn er es für möglich hält, dafür ist unsere Rechtsordnung, dafür war die nicht gewagt mit. Und das Anstaltspersonal wohl auch nicht. So kam es, dass im Hochsicherheitstrakt von Stammheim die Gefangenen hinter den Fußleisten ihrer Zellen Hohlräume anlegen und darin Schusswaffen, Sprengstoff und Munition verstecken konnten. Die Angeklagten betraten den Gerichtssaal im März 77 zum letzten Mal. Sie verlangten nach Aktionen der Genossen draußen. Da waren natürlich auch eine ganze Reihe von Namen, die ihnen wichtig erschienen. Genscher zum Beispiel war bei ihnen ziemlich weit oben auf der Liste. Da wollten sie, dass er erschossen wird. Und Helmut Schmidt auch. Der sollte entführt werden. Da konnten wir ihm nur sagen, könnte man machen. Das dauert dann aber wirklich ziemlich lange. Also bei Helmut Schmidt haben wir hier in diesem Krankenhaus, das etwa schräg gegenüber von seinem Rheinhaus liegt, schon geguckt gehabt. Das mörderische Jahr 1977 hatte begonnen. Am 7. April wurden Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei seiner Begleiter vom Rücksitz eines Motorrads aus erschossen. Das war der Eindruck. Wenn der Staat seinen höchsten Ankläger nicht schützen kann, dessen Aufgabe es ja war, im Rahmen seiner Zuständigkeiten hier tätig zu werden, dann ist das ein Fragezeichen hinsichtlich der Schutzfähigkeit des Staates überhaupt. Wer geschossen hat, ist bis heute nicht völlig klar. Vermutlich wurde das Motorrad von Günther Sonnenberg gefahren. Der Schütze muss ein anderer gewesen sein. Es gab ein paar Leute in der Gruppe, die diese militärische Ausbildung im Jemen sogar zweimal hintereinander durchlaufen haben, weil eben nicht alle gleichzeitig dort eintrafen. Und Stefan Wischniewski gehörte dazu. Auch eine andere Tatbeteiligte, Verena Becker, wies auf Stefan Wischniewski als Mordschützen hin. Das Urteil lautete später auf gemeinschaftlichen Mord. Die individuelle Schuld zählte weder für die Anklage noch für die Gruppe selbst. Es war immer das Kollektiv, das gemordet hatte. Ich glaube, dass ich es damals auch nicht abgelehnt hätte, sowas zu tun. Also in der Art und Weise, wie ich drauf war. So mit Abgabe des eigenen Denkens, also des kritischen Denkens. Das war ja irgendwie völlig weg. Am 28. April 1977 wurde in Abwesenheit der Angeklagten das Urteil gegen Bader, Ensslin und Raspe verkündet. Lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen gemeinschaftlichen Mordes. Drei Monate später, am 30. Juli 1977, klingelte es an der Gartenpforte des Bankiers Jürgen Pontow in Oberursel im Taunus. Es war Susanne Albrecht, die Schwester seines Patenkindes, gehirngewaschen von der RAF. Du wolltest, dass die Gefangenen rauskommen. Jetzt kannst du dabei mithelfen. Wenn du dich als Revolutionärin siehst, dann musst du kämpfen. Sie war der Türöffner für die Mörder Jürgen Pontos. Als der Bankier sich einer Entführung widersetzte, hatten Brigitte Monhaupt und Christian Klar ihn kaltblütig zusammengeschossen. Susanne Albrecht unterschrieb die Erklärung, mit der sich die RAF zum Mord an Pontow bekannte. In Stammheim befanden sich die Gefangenen wieder einmal im Hungerstreik. Ärzte wurden konsultiert. Es war ein eigentümlicher Zustand, so wie man sich vielleicht mit Selbsthypnose oder Meditation schon etwas von der Wirklichkeit entfernt. Das Bild selber, was sich uns Ärzten bot, war eigentlich erschütternd. Denn es waren die Gefangenen doch schon erheblich in ihrem Ernährungszustand reduziert. Also vor allen Dingen Gudrun Ensslin und auch Raspe waren sehr, sehr, sehr dünn geworden. Im Gegensatz zu diesem doch sehr mageren Beiden ist der Herr Bader in einem deutlich besseren Ernährungszustand gewesen. Diesmal richtete sich der Hungerstreik offenbar an die RAF-Genossen im Untergrund. Von den Stammheimern kam da wieder die Frage, wann seid ihr soweit, was habt ihr vor, in welchem Stadium seid ihr dabei, auf was können wir uns da einstellen. Und dass sie langsam die Geduld verlieren und diese Drohung bis Erpressung, die wurde immer stärker. Also bis hin zu dieser Drohung, sonst nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand. Unter dem Druck der Stammheimer Gefangenen wurden die Planungen für eine Entführung im Kölner Raum vorangetrieben. Zielperson Hans-Martin Schleyer, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und des Arbeitgeberverbandes. Wir wollten so eine Befreiung, wenn wir sie dann versuchen, auf jeden Fall auch mit einer politischen Message verbinden. Und Schleyer war für uns einfach die Person, in der sich vieles, was deutsche Problematik ist oder war, zusammenfassen ließ. Er war die Verbindung zwischen dem alten Faschismus und dem, was wir als drohenden neuen Faschismus begriffen. Ich erinnere mich an Gespräche, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was würde eigentlich passieren, wenn es den Terroristen gelingen würde, ihn in ihre Hand zu bekommen. Und wo mein Vater mir gegenüber deutlich gemacht hat, dass er verstehen könnte, wenn eine Bundesregierung bestimmten Forderungen nicht nachgeben würde. Am Montag, dem 5. September 1977, war es soweit. Auf dem Weg vom Büro zu seiner Kölner Wohnung sollte Schleyer entführt werden. Um jeden Preis. Wir haben das alles durchgespielt auf ein Stück Packpapier. Und das Ergebnis war ziemlich klar. Es wird nicht gehen, ohne dass wir die begleitenden Polizisten und den Fahrer töten. Es wurde ein Massaker. Schleyers Fahrer und die drei Polizeibeamten, die ihn hatten schützen sollen, wurden erschossen. Hans-Martin Schleyer wurde entführt. Es begann das blutige Finale. Der deutsche Herbst des Terrors. Untertitelung des ZDF für funk, 2017